haben genau das wollte ich haben so dann können wir jetzt eigentlich versuchen mal dahinten hin zu düsen das werden wir auch einfach mal tun ne kostet die welt ich hoffe nicht dass ich die waffe zerstört habe ich hoffe aber dass ich gut landen werde ist passabel ne NEIN ich wollte unbedingt wissen was das ist du Penner die Städte das ist meine Waffe das ist die Waffe der Kiegel die Kiegel egal welchen Töten Krise zurück ist eine Schieße weg das ist Möse Nennen 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 die du willst mich nicht treffen blub 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 oh Gott war das knapp kaff kaff alter war das knapp leck mich an der Fod heieieieiei brrrr so Mörser so Mörser so muss das oh oh da ist ne Brücke so die haben die auch noch nicht zerstört die Idioten ne das haben sie nicht so clever gemacht ganz offensichtlich ich komm hier locker flockig rein ey hätt ich das mal früher gewusst hör mal ja ne ich würd sagen dich bumsen wir jetzt hier erstmal schön aus der Basis raus aber wie geil ist das denn oh sogar noch Fallschaden hat er gekriegt oh das ist aber auch gefährlich weil ja genau deswegen rrrr ob das so ne gute Entscheidung war ich weiß es nicht oh der kommt gut der kommt gut der kommt gut oh der kommt viel zu gut ja ho 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 jetzt hebt's auf der Romme heieiei der macht jetzt aber auch immer spannend ne was sieht mit dir aus 108 ok da ist noch einer 80 ja ist auch cool ähm ja ich bin so unschlüssig um ehrlich zu sein zwei könnte ich so gut wie töten ach Entschuldigung meine Nase ich kann mich nur tausendmal dafür entschuldigen das hier zum Beispiel die gegnerische Basis jetzt zu zerstören das wäre für mich ein der hätte nur ein achso das wusste ich natürlich nicht scheiße wir kriegen auch noch Verstärkung ich werd wahnsinnig warum bekommt ihr denn jetzt Verstärkung sag mal mit welchem Recht ist mir ohne Scheiß das macht keinen Sinn jetzt irgendwie großartig das Schöne ist wenn die nah dran sind dann machen die echt meistens die Pistolenmoves ah ok ich hab eigentlich hab ich ja unendlich das heißt ich könnte eigentlich lieber versuchen den da hinten kaputt zu machen wenn er gut trifft ist der nämlich schon mal gay Schichte ah es war zu wenig es war viel zu wenig ja egal feel it feel it jetzt kommt nochmal ein Sunny dran ja der kommt nicht gut alter ohne Scheiß alle wo ich gesagt hab ja die ja das hat ja auch noch die oh alter habt ihr ne Ahnung was da für ne Waffe drin war das würde mich sehr interessieren ja war mein Problem ich hätte ihn töten sollen ich hätte ihn einfach töten sollen ich weiß dass er von zwei Seiten behakt wird scheiße ja keine Ahnung machen wir machen wir anders du könntest jetzt wahrscheinlich dran sein fuck man ich hätte echt gerne gewusst was in der Kiste drin ist so ist der übrigens schon mal gay Schichte ja wenn wir nochmal einen fetten haben der hat 120 Energie dann ist das halt so so wer ist jetzt dran der müsste eigentlich ok der neue ist dran komm hol deine Pistole raus schieß und gut ist ja genau das wollte ich dankeschön ja das Problem was ich jetzt hab wenn jetzt ist nämlich ne genau er hier dran der kann nichts ohne Scheiß er kann leider nichts mehr der ist behindert klingt komisch ist aber so weil ich komm mir mit dem hier auch nicht mehr weg ne ich kann nur hoffen dass es irgendwie über den Berg drüber geht das ist zwar aber leider ein bisschen zu wenig Scheiße guck mal hinter dir steht einer ne oh oh das ist jetzt neu eine kleine Brise pfeff wow er hat aber auch einen Radius ne mit seinem Scheiß und Explosionsradius das ist halt echt das gefährliche hier äh achso ich hab ja stimmt hab ich ja schon aufgebraucht kann ich da einfach aus dem Level pfeffern das wird immer geil alter wie geil bin ich denn das ist so schlecht das ist so schlecht wo ihr gefälligt ah Gott ja das also das sieht nicht so gut aus muss ich sagen momentan ähm äh der lebt auch noch fuck ich muss nämlich eigentlich viel 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 heilen von der weinen Theorie her so Hauptsache der hat jetzt erstmal eine Ablenkung von dem Ingenieur der Ingenieur der muss da einfach irgendwie überleben ich weiß selbst noch nicht genau wie jetzt ist der Kanonier dran ok müsste er ne ja genau excuse moi so scheißegal mir ist das scheißegal ich hab da keinen Vertrag damit ich hau noch so weg wichtig nur dass ich mich nicht selbst treffe ok so viel zu dem aber wichtig nur dass ich mich nicht selbst treffe aber das Schöne ist ähm jetzt müsste der nächste Sanja eigentlich drankommen medium oder roh und ich könnte den dann eigentlich weil die Kanonierer die kann man eigentlich ganz gut in den Griff bekommen einfach nur indem man sich direkt in deren Gesicht stellt und denen gar kein Interesse haben irgendwie die Panzerfaust rauszuholen das ist so schade mit dem mit dem Ingenieur ey der hat noch so viel Dynamit der könnte noch so viel so viel Schabernack treiben ne ach aber ich krieg da hinten leider nicht mehr weg schwingen würde nicht überleben so ja 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 der wäre natürlich jetzt auch noch ich bin ein bisschen blöd bin ich ja schon ne ich muss auch einen Spion kümmern das ist genau die Scheiße echt der hat nix echt der kommt hier nicht weg ohne Scheiß ich glaub ich ziemlich ne ne ich mach da gar nix ich mach da gar nix kann sich einmal erholen 15 Energie okay danach müsste dann der Spion drankommen du kleines Glücksschwein der hat auch nicht mehr viel der kann nicht mehr viel haben 22 das heißt eine Runde wird der noch überleben das heißt ich muss ich muss auf jeden Fall gleich irgendwie den Ingenieur hier hochholen äh den Sani hier hochholen da führt kein Weg dran vorbei und zwar genau den wahrscheinlich der kann auch nochmal laufen das ist gut ne du humpelst noch nicht sehr schön so sieht so aus wie viel Energie hat der andere Arsch überhaupt noch Arschloch 50 okay keine Panik Rettung ist unterwegs flups so jetzt werden wir uns beide nämlich erstmal schön medizinballmäßig fit halten kurz okay ich hab sogar den Anna auch noch ein bisschen geheilt hab ich gern geschehen so der kannoniert du bist das okay dann können wir uns jetzt erstmal hier um ihmchen hier was sollen wir denn einfach bestehen lassen das ist eigentlich auch kacke sehr wohl Kommandant ich glaube ich lass lieber den da unten stehen die jetzt bei dem anderen Sani ist oh meine Nase ich geh kaputt weiter so die Schwächlinge können in der Basis werde ich dann vernichten wollen Pistole nein Pistole hol doch einfach deine scheiß Pistole raus du machst nichts mehr nein 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 du warst doch schon so weit du wolltest doch auch nein 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 oder du gehst hoch ja geh hoch genau was hast du vor wie viel Energie hatte der nochmal über 40 auf jeden Fall ach ja ja schieß irgendwo hin wo du möchtest lass mich du bitte mehr will ich gar nicht hast du mehr Energie naja ok QD der ist echt gefährlich der ist gefährlich echt gefährlich platziert ich weiß nicht was wir jetzt erstmal machen Alter mach keinen Scheiß Vorsicht so das beruhigt mich erstmal mit der Licht von wem? von Renault so ja das wird nicht funktionieren ah ah guck mal einen an pfui ha ich hab ihn erwischt he 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 ja genau genau dankeschön 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 I'm so happy das könnte ein historischer ah ok der ist jetzt noch 74 der hat auch noch 41 ey pah man ey man der kriegt zwar gleich nochmal schön Energie zurück klar ich war ja auch blöd ich bleib ja auch einfach einfach mal daneben geschossen obwohl der in meinem Gesicht stand der Gegner stimmt da kann ich auch kein an und verantwortlich machen als mich selbst ja genau schießt auf den auf den Sunny das ist vollkommen in Ordnung so was ich aber gleich machen werde trotz alledem ist er ich werde ich werde die äh Kisten hier zerstören die beiden ok mehr als zwei gibt's nicht irgendwie wo noch was drauf ist nein ich bin ja schon froh dass wir hier überhaupt einen zusätzlichen Ort mal gefunden haben bin ich wirklich happy drüber ich ziehe mir da noch einmal kurz gerade volle Granate und ja du kriegst halt nochmal eine Granate ins Gesicht ne Standard halt so noch ein bisschen näher zu uns dran es kann sein wenn er mit der Pistole schießt dass er sogar beide von mir dann gleich trifft aber dann ist es so oh 49 uiuiui nein alter jetzt mach keinen Scheiß ja der kommt gut der kommt gut scheiße 42 nein der ist tot der ist tot ach ich werde doch wahnsinnig ey ach jetzt können wir das doch nochmal von vorne machen ey ich werde doch ich werde echt weich es ist doch nicht zu glauben echt ohne Scheiß immer so kurz vorm Schluss ne jetzt sind wir aber auch scheißegal ich werde einfach nur oben die Kisten nochmal in der Basis hier vernichten äh und dann neu starten boah ey man der hat doch immer so ich hatte ihn jetzt geheilt ach man nölig echt nölig komm wir hier auf den Pist ey jetzt hab ich aber den Rüssel vor halt die Fresse ich hab auch den Rüssel voll das sind wahrscheinlich sogar beide ich geh mir hier auf den Säck ja 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 ich bin grad voll deprie ey man was für eine Scheiße echt ach kannst du nur wahnsinnig werden ich geh auch gleich direkt in die Basis von den Spacken rein ey die können mich echt am Arsch lecken achso da kommt erst mal die Brücke stimmt ach okay das war wo hast du das denn her hat der Pyromanus sowas einfach mal okay das wusste ich nicht der ist nämlich richtig gut die Waffe ja okay sind jetzt einige tot okay ähm ja so gut wie alle vielleicht das war ziemlich gut von dem muss ich leider sagen okay ich hab aber nichts dafür bekommen die Zelte sind auf jeden Fall die Gay-Schichte ich kann ja gar nicht runterfallen ohne zu sterben oder stimmt hat mir einer weggeklaut die hab ich mir selbst geholt stimmt ist das ein Jetpack wahrscheinlich ne HXTNT ui okay nice ja zuleid es mir tut wir müssen es nochmal von vorne machen ich mach mal einen kurzen Schnitt weil ich muss meine Nase putzen es läuft gerade wirklich raus also bis gleich so da wäre ich schon wieder